Die IB Berufliche Schule Reutlingen wurde am Freitag zur sogenannten Grenzenlos-Schule zertifiziert. Angeleitet wird das Grenzenlos-Projekt von der World University Service, einer internationalen und unabhängigen Organisation von Studierenden, Lehrenden und Mitarbeitenden im Bildungssektor aus über 50 Ländern. Das Projekt setzt sich für Bildung, für nachhaltige Entwicklung an beruflichen Schulen ein. Bereits acht Veranstaltungen haben die IB Beruflichen Schulen Reutlingen im Projekt Grenzenlos – Globales Lernen in der beruflichen Schule mit sogenannten Grenzenlos-Aktiven aus Afrika, Asien und Lateinamerika durchgeführt. Dabei ging es um Themen wie der nachhaltigen Smartphone-Produktion oder fairem Kaffeeanbau. Das Grenzenlos-Projekt wird im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung gefördert.